Der Prolog von Urit vom 12. September Gedenken Der heilige Hiromertürer Avtonomos war ein Bischof und verließ während der Verfolgung durch Diokletian Italien, um nach Bithynien in Asien zu gehen. Er begab sich an einen Ort namens Sore, wo er viele zum christlichen Glauben brachte und eine Kirche baute, die dem Erzengel Michael geweiht war. Er wohnte im Haus eines frommen Christen namens Cornelius, den Avtonomos zum Priester und dann zum Bischof weite. Nicht weit von Sore entfernt gab es einen Ort namens Limnae, der völlig von Heiden bewohnt war. Der heilige Avtonomos begab sich zu diesem Ort und führte in kurzer Zeit viele zum Licht des Evangeliums Christi. Dies empörte die Heiden und eines Tages eilten sie zur Kirche des Erzengels Michael in Sore und erschlugen Avtonomos während des Gottesdienstes am Altar. Sie töteten auch viele andere Christen in der Kirche. In der Zeit des Kaisers Konstantin errichtete Severian, ein adliger Höfling, eine Kirche über dem Grab des heiligen Avtonomos. 200 Jahre nach seinem Tod erschien der heilige Avtonomos einem Soldaten namens Johannes. Dieser Soldat erhob die Gebeine des Heiligen, sie waren völlig unverwest und viele empfingen Heilung durch sie. So verherrlichte Gott ihn, der ihn verherrlicht hatte, als er noch im Leibe weilte. Der heilige Hieromärtyrer Coronatus, Bischof von Nikonion, wurde in Nicomedia geboren, im Dorf Salatus, und er war schon sehr betagt, als die Verfolgung unter Dezius und Valerian losbrach. Ein Folterknecht namens Perinius kam nach Nicomedia und begann, die Christen ausfindig zu machen. Die Christen verließen die Stadt und verbargen sich, doch ihr betagter Bischof wollte nicht fortgehen und trat vor Perinius, wobei er sich als Christ bekannte. Der Folterer band ihm Hände und Füße und befahl ihn, durch die Stadt zu schleifen, bis das Blut floss. Er übergab dem Herrn seine heilige Seele unter dem Schwert. Der heilige Märtyrer Julian mit seinen 40 Gefährten. Sie erlitten das Martyrium ungefähr im Jahr 300. Zuerst wurden sie gematert und dann enttaubtet. Im Angesicht des Todes betete der heilige Julian folgendes. Jenen, die etwas von meinem Staub nehmen, gewähre, o Herr, die Vergebung ihrer Sünden und den Sieg über ihre Leidenschaften. Mögen weder Vögel noch Heuschrecken oder Rauben ihre Felder plündern, noch andere solcher gefährlichen oder tödlichen Dinge geschehen. Du aber, nimm meine Seele in Frieden auf. Der gottgeweihte Daniel von Thasios war Asket und Gründer eines großen Klosters. Er war ein Zeitgenosse des heiligen Ioannikius des Großen und anwesend, als Ioannikius die Insel Thasios besuchte, wo ihn die Bewohner baten, sie von einer Schlangenplage zu befreien. Der Heilige betete zu Gott und die Schlangen stürzten sich in großer Zahl ins Meer und ertranken. Die heiligen Märtyrer Makedonios, Tatia und Thersolos erlitten das Martyrium für Christus, den Herrn, in der Zeit Julians des Apostaten in Mirópolis in Phrygien. Sie wurden grausam gefoltert, da sie eine Götzenstatue zerstört hatten und auf einen eisernen Grill verbrannt, bis sie ihre Seelen Gott übergaben. Als sie über dem Feuer brannten, riefen diese mutigen Männer ihren Folterern zu, Versucht doch unser Fleisch, ob es schon gar ist. Und wie der ruhmreiche Erzsiakon Laurentius, Dreht uns um, wir sind gar auf der einen Seite. Die Folterknechte, die die heiligen Märtyrer über dem Feuer sahen und hörten, waren in unvergleichlich größerer Verwirrung und Furcht als diese. Lobeshymne Der heilige Hieromärtyrer Autonomus Nicht die Martha fürchtete Autonomus der Glorreiche, sondern wegen seiner Mission war er nicht verpflichtet zu bleiben. Als er die Wut der grausamen Folterer floh, säte er den Samen des heiligen Evangeliums, indem er im Namen Christi taufte und in seinem Namen viele Wunder wirkte. Doch als er seine Aufgabe gottgefällig vollendet hatte und seine Stunde vorrückte, um die Ewigkeit zu betreten, stürmten die Verfolger in den Tempel und erschlugen den Heiligen am heiligen Altar. Während der Heilige das blutlose Opfer darbrachte, das Blutlose und das Blutige vermischt. O heiliger Autonomus, Diener Gottes! Für Gottes Diener ist sogar die Martha nutzbringend. Gott, rette uns vor Furcht angesichts der Martern und sei der Helfer unserer Rettung, dass wir nicht fürchten, für das Kreuz alles zu erdulden, froh für Christus zu sterben. O wundervoller Heiler jeder Krankheit, bewahre uns vor dämonischen Täuschungen, sodass wir unseren Geist in den allheiligen Gott versenken, dass wir würdig werden jenes ewigen Lebens, in dem du nun herrschst wie ein König. Und freudig mit den heiligen Engeln jubelst. Betrachtung Wie muss die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott beschaffen sein? Ununterbrochen und beständig. Halte dich fest an Gott wie ein Sohn an seinen Vater, rät der heilige Antonius. Und der heilige Alonius sagt, wenn der Mensch nicht im Sinn seines Herzens daran festhält, dass es außer ihm und Gott nichts anderes in der Welt gibt, kann er den Frieden der Seele nicht finden. Der eine Gott ist genug und mehr als genug für all das, was das Herz seines Menschen zu begehren vermag. Die selige Theodora nahm ein fremdes Kind ohne Widerrede an. Sie empfing es von ihrer Verleumderin wie ihr eigenes. Aus Liebe erzog sie das Kind in der Furcht Gottes. Zur Zeit ihres Todes riet sie dem Kind folgendes. Was benötigt der Mensch mehr als Gott und seine göttliche Liebe? Er ist unser Schatz, unser Reichtum, unsere Speise, unser Trank, unsere Kleidung und Schutz, unsere Gesundheit und Stärke, unser Frohsinn und unsere Freude, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Strebe danach, ihn zu finden, mein Sohn. Wenn du den einen Gott findest, ist das genug für dich. Du wirst mehr Freude in ihm finden, als du in der ganzen Welt finden könntest. Als die heilige Theodora dies sagte, sprach sie nicht in Büchern Gelesenes nach. Sie verwendete keine fremden Worte. Sie sprach aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie hatte sieben Jahre als Ausgestoßene gelebt, von den Menschen verspottet und während dieser Zeit hatte sie durch Erfahrung herausgefunden, dass Gott alles für sie war und dass der eine Gott ausreichend ist für alles, was das Herz des Menschen wünschen kann. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Teilung von Salomos Königreich. Erste Könige Kapitel 11 bis 12 Wie das Königreich Israel wegen Salomos Sünde geteilt wurde. Wie der Diener des Königs Jerobeam, König über zehn Stämme, und Rehabeam, der Sohn des Königs, König über nur zwei Stämme wurde. Wie es auch heute geschieht, dass ein Vater durch seine Sünde Unglück über seinen Sohn bringt, ebenso wie die Führer einer Nation über ihr Volk. Homilie Wie sich die Seele von Christus ernähren muss, um zu leben. Es wird jeder leben, der mich ist. Johannes 6, Vers 57 So spricht der Herr Christus, der das Leben und die Quelle des Lebens ist. Ein Baum ernährt sich von Erde, Luft und Licht. Wenn ein Baum seine Nahrung nicht daraus zieht, wird er dann wachsen und leben? Wovon ernährt sich ein Säugling an der Brust seiner Mutter, wenn nicht von seiner Mutter? Wenn er sich nicht von seiner Mutter ernährt, wird er wachsen und leben? So wird auch unsere Seele weder wachsen noch leben, wenn sie sich nicht von Christus, dem Lebendigen und Unsterblichen, ernährt. Dies sind keine Worte über das Leben im Allgemeinen, wie es sich in der Natur vollzieht, noch über das entstellte Leben, das die Heiden führen, sondern über das besondere, göttliche und ewige Leben, das erfüllt und voller Freude ist. Nur Christus gibt dieses Leben und es gelangt nur zu denen, die sich von Christus ernähren. Jeder Mensch ist dafür geschaffen, durch die Nahrung, die er zu sich nimmt, zu wachsen. Diese Worte betreffen nicht die leibliche Speise, denn die leibliche Speise ernährt nicht die Seele des Menschen, sondern nur seinen Körper. Die Menschen unterscheiden sich durch ihr körperliches Wachstum und Leben, doch dieser Unterschied ist völlig unwichtig. Jedoch ist die Verschiedenheit hinsichtlich des geistlichen Wachstums und Lebens unter den Menschen beträchtlich. Das Wachstum der Seele bei einigen Menschen erhebt sie kaum von der Erde, während es andere zum Himmel emporhebt. Der Unterschied zwischen Herodes und Johannes dem Täufer ist nicht geringer als der Unterschied zwischen einem König und einem Engel. Wie der Erste seinen Leib und seine Seele über die Erde schleift und voller Bosheit seinen ödischen Thron verteidigt, so steht der Zweite auf einem Felsen in der Wüste und seine Seele wird zu den Engeln im Himmel emporgehoben. O meine Brüder, lasst uns unsere Seelen zum Himmel erheben, wo Christus, der Herr, auf dem Thron der ewigen Herrlichkeit sitzt und unsere Seelen und Herzen mit sich selbst ernährt, mit seinem reinen und allmächtigen Leben. Nur so werden wir würdig, mit Erben mit ihm des Königreiches des Himmels zu werden. O Jesus, unser Herr, unser wahrer Gott, unsere süße Speise und unser liebevoller Ernährer, versage uns nicht deine Speisung, denn wir sind schwach und hilflos. Ernähre uns mit dir selbst, obermherzige Ernährer. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.